Es geht bei dem Kongress darum, darauf aufmerksam zu machen, dass die deutsche Wirtschaft davon profitiert, dass wir Flüchtlinge haben. Flüchtlinge sind eine große Chance. Wir haben in vielen Bereichen Deutschlands Probleme auf dem Arbeitsmarkt, keine jungen Leute. Wir müssen die Chancen mit den Flüchtlingen nutzen. Deswegen erwarten wir auch von der deutschen Wirtschaft, dass die Integration der Flüchtlinge so schnell wie möglich vorangeht. Daran arbeiten wir, daran wollen wir mit der deutschen Wirtschaft arbeiten und das auch gemeinsam diskutieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017